Ich finde das prima. Enkel und Fortuna verbindet viel, von daher glaube ich, wird das eine sehr gute Kooperation sein. Wir haben uns sehr sehr gefreut, dass es endlich stattfindet und wir mal als großes Düsseldorfer Unternehmen auch so einen tollen Verein unterstützen. Farblich passt es perfekt zusammen. Ich glaube, dass es für den Verein Fortuna Düsseldorf für die Stadt ein Riesenzeichen ist, dass man Enkel auf der Brust hat. Das Traditionsunternehmen aus Düsseldorf, unser Traditionsverein, gehört irgendwie zusammen. Es ist eine Weise, dass hier zwei zusammengekommen sind, die extrem gut zueinander passen, nämlich die Partner Enkel und Fortuna. Ein Team, eine Mannschaft, das passt hervorragend zu Enkel. Für Enkel ist es glaube ich auch super, hier in der Region, in der ersten Liga jetzt auf dem Trikot zu stehen. Ich glaube, da profitieren beide Seiten von. Total super, weil ich hier arbeite und sowieso immer zu Fortuna gehe. Hier zu arbeiten und dann noch eine Kooperation mit Fortuna, besser kann es nicht kommen. Wunderbar, wunderschön. So, wie sehen wir jetzt auch mal. Das ist ein Team mit Fortuna Düsseldorf. Untertitelung des ZDF, 2020